Thomas in seinem Element. Wir machen jetzt erstmal Probefahrt. Das Auto steht seit gestern bei uns, sollte abgestimmt werden. In einer anderen Werkstatt hat es eine andere Abgasanlage drauf bekommen. Das heißt, ab Krümme, andere Downpipes mit Renncuts und die Abgasanlage hat nur zwei Klappen statt vier Klappen wegen der Zylinderabschaltung. Das haben wir rausprogrammiert, das habe ich gestern schon mal gemacht und habe eine Probefahrt gemacht und bei der Probefahrt ist aufgefallen, dass es nicht richtig gelaufen ist, geschlottert hat. Und wir haben den nachgeguckt, habe den gelockt, bin gefahren, wie ich es eigentlich immer mache und habe gesehen, dass der siebte Zylinder Zündaufsetzer hat. Ja, ohne Ende. Ja, dann waren wir auf Fehlersuche. Also erstmal Zündspule getauscht, Kreuz getauscht, geguckt, ob der Fehler wandern tut, dann haben wir das Zündkabel geguckt. Und letztendlich war es dann eine Zündkerze, die gebrochen war. Wahrscheinlich kann passieren, also beim Krümmeausbau machen, dass da die Zündkerze beschädigt worden ist. In der anderen Werkstatt, ne, klar. Kann aber uns passieren, deswegen sag ich, kann passieren, gell. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, alle 18 Kerzen gemacht, das hat nett geschadet jetzt vor der Abstimmung und jetzt machen wir nochmal eine Probefahrt vor der Abstimmung. Gucken halt, dass das Auto sauber laufen tut, ja. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt gehen wir gleich auf den Dino und messen wir, was das gute Ding so kann. Und jetzt gehen wir gleich auf den Dino. 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 So, unsere spaßige Probefahrt beendet. Also echt, das Auto läuft toll. Ja, also Auto klopft nicht, keine Probleme, keine Fehlzündung. Ja, leider konnten wir keine Messung machen vorher, was eine komplett Serie hatte, weil das Auto halt schon umgebaut zu uns kam. Ja, also sprich, Daumenpipes und die Cuts. Ja, was das, denke ich, jetzt auch nicht so viel gebracht hat, gell. Ja, wir haben ein klasse Sauger Tuning gemacht und Marco, der hat die Glasflasche glimpern. Ja, also wie gesagt, wir sind happy damit. Ich denke mal, der Kunde auch. Der Drehmoment lässt sich schön fahren und das ist halt wichtig, dass sich ein Auto einfach schön fahren lässt. Weil, was bringt einen Papierticker, wenn der 600 PS fährt und das Auto fährt sich auf gut Deutsch für Scheiße. Ja, das ist eigentlich echt toll fahren und das ist die Hauptsache.